Leute, ich begrüße euch zu einem neuen SegFishing Wels Video. Heute wollen wir uns mal eine ganz spezielle Sache im Detail anschauen und zwar geht es um das Auslegen. Auslegen von U-Pose Montagen. Hört sich banal an, aber es gibt einige Kleinigkeiten zu beachten, damit das ganze reibungslos über die Bühne geht und wie ich das ganze angehe, das seht ihr jetzt gleich. Ja und zwar bin ich jetzt hier schon eine Nacht am Angeln. Ihr seht es hier, mein ganzes Zeug hängt hier in den Steinen drin, habe eine Nacht schon hinter mir, wie es mir dabei ergangen ist, was ich dabei gefangen habe und so weiter und so fort, seht ihr in einem anderen Video. Ich weiß allerdings nicht, ob es jetzt schon gekommen ist oder später kommen wird, aber wir werden es auf jeden Fall an der Stelle hier mal verlinken, sodass ihr da auf jeden Fall am Ball bleiben könnt. Ich habe mir aber losgelöst von dieser Session, jetzt einfach mal überlegt, dass ich euch in Zukunft auch die verschiedenen Arten des Auslegens einfach mal zeigen möchte. Das heißt, wie lege ich verschiedene Montagen so aus, dass es möglichst stressfrei und effektiv über die Bühne geht. Denn wir zeigen euch hier so viele verschiedene Montagen und Ricks und alles, was dazu gehört. Aber darüber, wie man das Ganze dann letzten Endes sauber sozusagen installiert im Wasser, darüber wird recht selten gesprochen. Das sieht man, wenn dann mal nebenbei irgendwo in einem Schnittbild von einer GoPro oder so, aber darüber gesprochen wird selten. Und ich glaube gerade die Anfänger unter euch, die das vielleicht noch relativ selten bisher gemacht haben, die wird das mit Sicherheit interessieren. Und vielleicht auch, wird es denen auch den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg geben, auf dem sie dann in Zukunft aufbauen können. Anfangen möchte ich eben mit der U-Posen-Montage, einfach weil sich das hier anbietet am großen Fluss, weil das die Montage ist, die ich hier eigentlich immer einsetze. Im Prinzip würde ich sagen, gehen wir jetzt mal Richtung Boot und dann erkläre ich euch mal, was hier los ist. Ja und was ich dem Ganzen auf jeden Fall direkt mal vorne wegschicken kann, ist, egal welche Montage ihr auslegt, in welcher Situation und wo auch immer. Wichtig ist, dass ihr im Boot Ordnung habt, dass ihr eine Struktur habt, dass alles seinen festen Platz hat. Denn nur dann kann jeder Handgriff sitzen und nur wenn jeder Handgriff sitzt, könnt ihr effektiv und stressfrei auslegen. Und wie das Ganze beim U-Posen-Angeln bei mir aussieht, das zeige ich euch jetzt mal. Ich habe mir hier die Rute sozusagen quergelegt. Hier liegt mein Stein, der ist auch hier schon befestigt an der Reißleine. Und hier hinten liegt meine Montage bzw. mein Köder und das Vorfach dazwischen ist relativ gestreckt. Das ist ganz wichtig, einfach damit ihr da nicht irgendwie noch Verhederungen euch einhandelt und das nachher sauber abgelegt werden kann. Ich habe die Rollenbremse so eingestellt, dass ich hier wirklich ziemlich leicht Schnur abziehen kann. Aber, dass es immer noch nicht frei läuft und sich dann überschlägt. Weil, wenn ich sozusagen den Hebel ganz nach oben setzen würde, dann hätten wir hier den Freilauf drin. Dann würde es sich überschlagen und das braucht ihr nicht. Also immer hier auf diese sozusagen Auslegefunktion. Dann stelle ich mir das hinten hier am Rad immer so ein, dass das ganz leicht runterrutschen kann. Aber eben dann nicht zu leicht, dass es sich überschlägt. Das ist ganz wichtig. Dann liegt das Ganze eben so hier auf der Bordwand dort auf und hier auch. Das ist deswegen so, weil ich selbst auf dieser Seite vom Boot nachher sitze zum Auslegen, würde ich da sitzen, wäre es genau umgekehrt. Denn ich lege die Route deswegen so hin, weil der Stein nachher genau hier abgelassen wird. Ich greife nachher die Schnur mit der rechten Hand, lasse das Ding hier neben mir ab, kann es so noch kontrollieren und dann genau da die Schnur loslassen, wo ich denke, dass es richtig ist. Und dementsprechend muss das Ganze so liegen. Wenn das Ganze dann auf Tauchstation gegangen ist, greife ich mir die Route und fahre zurück zum Ufer. Genau, das ist jetzt mal so die theoretische Grundlage bzw. die Grundordnung, die im Boot herrscht, bevor wir auslegen. Und jetzt gehen wir aufs Wasser. Vielleicht, was ich gerade noch ergänzen will, also natürlich bezieht sich alles das, was ich jetzt hier sage, auf den Fall, dass ihr allein auslegen wollt. Wenn ihr zu zweit auslegen möchtet oder könnt, dann ist das natürlich für jeden nochmal einfacher, weil ihr euch die Aufgaben dann teilen könnt. Aber hier ist jetzt einfach mal dargestellt, wie ihr es machen könnt, wenn es alleine gehen soll. Ich bin jetzt hier gerade auf dem Weg zum Spot dahin, wo die Route hin soll. Und auf dem Weg dahin möchte ich euch gerade noch was zum Motor sagen, denn auch da gibt es eine Einstellung, auf die man achten kann, um sich das Leben zu erleichtern. Und zwar ist es so, ich drehe die Kamera, dass es hier unten am Motor einen Hebel gibt. Über den könnt ihr einstellen, wie leicht euer Motor, ihr seht es jetzt schon, sozusagen, oder wie lose euer Motor geführt werden kann. Beziehungsweise wie viel Kraft ihr braucht, um den Motor in seiner Richtung zu verändern. Das heißt, mache ich das Ding ganz auf, seht ihr es schon, dann schlägt er schon von selber rum. Mache ich das Ding weiter zu, habe ich genau das Gegenteil. Und er bleibt auch lang in seiner Form, beziehungsweise in seiner Richtung fest eingestellt, obwohl ich losgelassen habe. Und das ist eine Einstellung, die ich gerne habe. Ich stelle mir das immer so ein, gerade weil es auch ein Gleitfahrtsicherer ist, aber eben auch dann auslegend effektiver, dass der Motor, selbst wenn ich einen Loslass, die eingestellte Richtung erstmal beibehält. Weil dann kann ich im Auslegen nachher zur Notbahn eine zweite Hand sozusagen verwenden, um irgendwas auszulegen oder mir irgendwo zu behelfen. Und trotzdem behält der Motor die Richtung bei. Also das kann ich euch nur empfehlen. So, und was eben auch wichtig ist, dass ihr euch vorher, bevor ihr die Montage ablegt, den Platz nochmal genau angeschaut habt. Und genau wisst, wo ihr euren Köder runterlassen müsst. Also ihr müsst euch den Plan vorher genau machen, sozusagen im Vorfeld, um dann nachher auf dem Echolot sehen zu können, okay, jetzt fällt es zum ersten Mal ab auf mehr als 1,80 Meter und hier muss ich jetzt hin. Das ist ganz wichtig. Das habe ich jetzt im Vorfeld natürlich schon gemacht, weil ich den Platz hier jetzt schon kenne. Aber ich erkläre euch mal kurz, was ich jetzt hier vorhabe, damit ihr das auch ein bisschen besser nachvollziehen könnt. So, und zwar haben wir jetzt hier quasi eine Buhne bzw. einen Buhnenkopf. Und dieser Buhnenkopf, da müsst ihr euch vorstellen, der setzt sich unter Wasser noch fort. Und hier ist es so 1,30 Meter tief. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo quasi dieses 1,30 Meter tiefe Wasser in die Richtung wieder abkippt und es wird dann 2,50 Meter tief. Und genau da soll die Montage hin. Das heißt, ich weiß, wenn ich hier drüber fahre und ich habe im Echolot 1,30 Meter, dann kann ich so langsam meinen Köder schon mal bereit machen. Und wenn ich dann merke, es fällt langsam ab von diesen 1,30 auf 1,40, 1,50, dann lasse ich den Stein schon mal runter. Und wenn dann irgendwann die 2,50 erreicht sind, dann weiß ich, ich kann einen Stein setzen. Das mal für euch zur Orientierung für das, was wir jetzt gleich machen. So, wichtig ist auch, wenn ihr im Fluss die U-Pose setzen wollt, dass ihr den Platz immer von unten anfahrt. Das heißt, ihr überfahrt quasi die Stelle, ihr fahrt weiter Fluss ab sozusagen, als ihr eigentlich müsstet. Dann stellt ihr das Boot richtig in die Strömung, also mit der Spitze gegen die Strömung. Das mache ich hier gerade. Und fahrt dann quasi wirklich gegen den Stromfluss auf in Richtung von dem Spot, wo ihr angeln möchtet. Beziehungsweise wo ihr ablegen möchtet. Weil auf die Art und Weise könnt ihr euch dann echt Zeit lassen. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr quasi von oben nach unten mit der Fließrichtung abtreibt und wollt da einen Stein legen und dann wieder zurückfahren. Das gibt nur Chaos. Wenn ich aber gegen die Strömung fahre, dann kann ich halt über den Gashebel bestimmen, wie schnell ich mich voran arbeite gegen die Strömung. Und habe so dann quasi alle Zeit der Welt, um meine Montage punktgenau abzusetzen. Und das werde ich jetzt machen. Also das Boot steht jetzt perfekt in der Strömung. Ich weiß jetzt, ich bin in dem Bereich, wo es interessant ist. Ja, jetzt werde ich auf die GoPro umschalten, weil ich einfach Hände brauche, um zu arbeiten, um das hier zu machen. Aber ich denke mal, der Ton von der GoPro reicht auch aus. Hoffe ich zumindest, damit er mich versteht. Und dann könnt ihr halt ganz genau mir auf die Finger schauen. Was ihr mit Sicherheit auch schon in dem einen oder anderen Video mal als Schnittbild gesehen habt. Aber hier mache ich jetzt einfach noch die Erklärung dazu. Und dann ist das vielleicht nochmal was, was euch ein bisschen Mehrwert bringt. So, also. Ich hoffe, ihr hört mich. Ihr seht, hier ist alles organisiert. Wie eben gesagt, die Route liegt da. Die Bremse ist offen. Der Stein ist hier. Hier ist nichts verknotet oder irgendwas. Das ist alles ordentlich. Das Vorfach liegt hier und ist gestreckt. Auch nichts vertrallt oder sonst irgendwas. Klar, wenn das jetzt irgendwie ein Köderfisch wäre oder so, dann wäre der halt im Eimer. Aber in dem Fall ist es jetzt egal bei den Würmern. Genau. Und jetzt stehe ich mit der Spitze gegen die Strömung. Vielleicht seht ihr da die Bohne. Beziehungsweise den Bohnenkopf. Und ich fahre jetzt halt langsam flussauf. Halt dabei das Echolot im Blick. Weiß ja ungefähr, wann es hochgehen wird. Ja, es fängt jetzt schon an. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Auf der Kamera. Jetzt geht es hier langsam hoch. Ich halte mich noch ein Stück weiter nach innen, weil ich nicht so weit nach außen raus möchte. So, und jetzt fahre ich hier hoch. Und hier wird es jetzt flach. Hier geht es auf die 1,30. Das sehe ich wie erwartet sozusagen. Ich sehe auch hier die Steine unter Wasser. Deswegen weiß ich auf jeden Fall, dass ich von der Orientierung her richtig bin. So, und jetzt weiß ich, dass irgendwann demnächst der Moment kommt, wenn es anfängt abzufallen. Weil ich jetzt schon auf der Höhe bin, dass es langsam Zeit wird, dass es runter geht. Und dann nehme ich mein Vorfach und lege das einfach schon mal hinter mich ins Wasser. Wenn ich jetzt viel Treibgut habe, was an der Oberfläche treibt und was Gefahr läuft, dass es sich in den Haken festsetzt, bevor ich die runter lasse, dann kann ich jetzt auch schon hergehen und greife die Montage und lasse die schon mal eine Etage tiefer. Hat den zusätzlichen Vorteil, dass ich dadurch die U-Pose und die Vorfachschnur aus der Reichweite vom Motor nehme, weil sie durch die Strömung gestreckt wird und dadurch außer Gefahr gerät. So, und jetzt sehe ich hier, mittlerweile ist es schon auf dieser 250er Tiefe angekommen, das Ganze. Und ich bin im Prinzip da, wo ich hin will. Jetzt nehme ich das Gas so weit weg, dass ich gerade so auf der Stelle stehen bleibe und lasse den Stein kontrolliert die Schnur durch meine Finger rutschen, bis ich merke, dass es auf den Grund ankommt. Das ist jetzt der Fall. Ihr seht es vielleicht jetzt. Jetzt sitzt der Stein. Ich tocke jetzt quasi hier den Grund entlang. Und da passiert jetzt auch nichts. Dadurch, dass hier so Strömung drauf ist, ist das Vorfach jetzt auch gestreckt. Trotz der Tatsache, dass ich mit dem Boot im Prinzip stehe, in einem langsam fließenden Fluss, würde ich das so nicht machen. Im langsam fließenden Fluss würde ich versuchen, immer in Fahrt zu bleiben, um das Vorfach gestreckt zu halten, möglichst. Jetzt merke ich, ich bin hier an der richtigen Stelle, beziehungsweise habe eben jetzt noch die Möglichkeit hier, bin jetzt sogar ein bisschen rausgekommen, ein bisschen zu tief. Fahre jetzt wieder zurück, gucke mir das Echolot an. Merke ja dann, wenn es wieder ansteigt, das merke ich dann in der Regel auch zuerst in der Hand, weil ja dann der Stein unten anschlägt, wenn es wieder flacher wird, weil jetzt die Schnur ja quasi zu lang ist. Hier merke ich jetzt, es steigt an. Genau, hier wird es flacher, hier geht es hoch, man sieht es auch auf dem Echolot und dann lasse ich das Ding einfach ab, beziehungsweise los. Dann greife ich mir die Rute und gehe direkt mit der Rutenspitze in Richtung vom Stein und halte das auch so. Und dann gebe ich Gas mit dem Boden ein bisschen. Und wichtig ist, dass die Rute jetzt in der Richtung zum Stein zeigt, deswegen, weil hier ist jetzt noch eine Schlagschnur drauf und irgendwann kommt der Schlagschnurknoten. Und der ist eben so dick, dass wenn ich die Rute in irgendeinem anderen Winkel halte, dass der ein Problem hat, um sauber durch den Spitzenring zu gleiten. Aber wenn ich die Rute eben so hier führe, dann kann der geradlinig in einer Linie durchlaufen. Hier kommt er jetzt, läuft durch, bleibt nicht hängen und ich kann sauber im Prinzip auslegen. Also es läuft alles reibungslos ab. So, jetzt kann ich, wenn ich will, das Ganze noch ein bisschen nachjustieren. Ich persönlich mache das dann immer hier direkt über die Bremseneinstellung, weil ich das eigentlich viel sensibler noch finde als über den Hebel selbst. Und dann fahre ich zurück. Und ihr seht jetzt, ich habe jetzt die Rute hier unten gegen meinen Fuß gekeilt und habe sie so dann mit einer Hand hier quasi senkrecht aufgestellt im Boot. Habe eine Hand frei am Motor, mit der ich Steuern und Gas geben kann, wie ich es brauche. Und trotzdem steht die Schnur, die Rute senkrecht hoch und hilft mir dabei, möglichst viel Schnur aus dem Wasser zu halten. Dadurch habe ich eben wenig Angriffsfläche, es bildet sich möglichst wenig Schnurbogen, es fängt sich wenig Dreck. Und ja, das hat eigentlich nur Vorteile. Wenn ich jetzt abspannen würde, wäre das noch wichtiger, weil da geht es ja dann wirklich darum, die Schnur komplett aus dem Wasser rauszuhalten. Und gerade wenn man dann auf große Distanzen beim Zurückfahren die Schnur aus dem Wasser heben möchte, ist es schon Gold wert, wenn man eine Rute so senkrecht im Boot quasi verkeilen kann und zurückfahren kann. Und das geht halt nur bei einer Multirolle, bei einer Stationärrolle, wo ich jetzt hier einen Bügel aufmachen müsste und dann den Schnurablauf kontrollieren müsste mit der Hand, wäre das ein Krampf ohne Ende. Und so ist das hier wirklich eine feine Sache. Das könnt ihr natürlich genauso auch mit anderen Multirollen machen. Braucht ihr jetzt keine HR20, aber ich kann euch, so voreingenommen wie ich bin, die HR20 nur ans Herz legen, einfach, weil ich das Ding mit der Zeit echt schätzen und lieben gelernt habe und ich kann es mir aus meiner Angeleine mehr wegdenken. Genau, und jetzt fahre ich zurück zum Platz, ist hier ein bisschen, weil es ein relativ entlegener Spot war, macht aber nichts. Und dabei immer in einem, sag ich mal, moderaten Tempo fahren, einfach weil immer mal vorkommen kann, dass irgendwo sich eine Schnurwicklung unter die andere gezogen hat, dass irgendwas blockiert oder sonst was und dann will man ja die Montage nicht abreißen oder sonst irgendwas, sondern eben einfach reagieren können und wenn ihr da zu schnell seid, dann könnt ihr das nicht. Wenn ihr da auf dem Wasser gebremst habt, da ist Hopfen und Malz verloren. Wichtig ist hier halt die Bremseinstellung so zu wählen, dass ihr gerade so quasi Schnur frei gebt, aber immer noch genug Druck habt, dass kein Schnurbogen entsteht. Das ist ganz wichtig. Ich mache hier immer auch noch ein bisschen mit den Fingerspitzen. Das brauche ich so von meinem Kopf- und Bauchgefühl, bräuchte ich eigentlich nicht. Ich könnte das auch so machen, das würde genauso gehen, aber wenn ich es hier nochmal so mit zwei Fingerspitzen kontrollieren kann, dann habe ich da immer nochmal ein beruhigenderes Gefühl und deswegen mache ich das. So, wenn ihr dann am Ufer angekommen seid, lebt ihr natürlich allmählich das Gas weg, logisch, lasst auslaufen sozusagen und dann ganz wichtig, nicht hektisch werden. Ja, es geht einfach ganz normal weiter. Ihr steigt hier aus, nehmt euch die Schnur vom Boot, damit euch das nicht abhaut. Dann stellt ihr die Route erstmal vor euch auf und dann macht ihr als erstes mal die Bremse zu, damit nicht noch mehr Schnur unkontrolliert abläuft, wenn ihr gerade nicht einen Fokus darauf habt. Ja, dann habt ihr natürlich idealerweise irgendwie einen Karabiner oder so an eurer Schnur, an eurem Seil, klingt das einfach ein. Der Motor läuft jetzt noch, den machen wir gleich aus. Jetzt muss erstmal die Route hinten halten. So, jetzt muss ich hier die Bremse nochmal aufmachen, weil es sonst nicht reicht. Glöckchen an die Spitze. Rute in den Rutenhalter schließen. Wieder Spannung drauf bringen. Und dann die Bremse so einstellen. Ich mache immer noch die Ratsche an, einfach damit ich höre, wenn die Schnur von der Rolle läuft. Ist ein bisschen zu heftig eingestellt. Ja, das passt. So, und schon ist die Route installiert. Ja, die Route steht neben mir im Rutenhalter. Der Fisch kann kommen, der Biss kann kommen. Ich wäre soweit. Und ihr seht, im Endeffekt ist das Ganze kein Hexenwerk. Wie gesagt, die Fortgeschrittenen unter euch, die hier vielleicht schon seit Jahren zugucken oder auch schon seit Jahren eben einfach auf Welsangeln gehen, die werden das alles kennen. Aber mir geht es hier wirklich auch darum, die Anfänger und Einsteiger unter euch anzusprechen mit solchen Videos, weil ich glaube, dass es schon helfen kann, wenn man vor der Aufgabe Welsangeln am Fluss oder egal wo steht und halt gar nicht so richtig weiß, wo man anfangen kann. Ist jetzt vielleicht auch ein relativ kürzeres Video gewesen, aber trotzdem sind ja dann Informationen drin, auf denen ihr dann in Zukunft aufbauen könnt. Und zusammenfassend würde ich jetzt einfach nochmal sagen, wichtig ist beim Auslegevorgang von U-Posen-Montagen erstmal Ordnung im Boot. Das ist ganz wichtig, damit jeder Handgriff sitzt, gerade wenn ihr alleine seid, weil da gibt es keine helfende Hand, die euch mal irgendwas reichen kann. Dann lasst euch Zeit, das ist ganz, ganz wichtig, lasst euch Zeit. Ihr habt keinen Stress, selbst wenn ihr die richtig schlecht setzt und ihr seid der Meinung, ihr müsst die neu setzen, dann macht das ruhig. Hebt den Stein wieder hoch, setzt die neu. Was meint ihr, wie oft ich oder wie oft wir das alle schon gemacht haben? Weil es ist besser, dann nochmal das Ding neu zu setzen, was dann fünf Minuten dauert, als die ganze Nacht hinter einer Route zu liegen, von der man denkt, naja, irgendwie hätte ich die, glaube ich, schon noch besser legen können. Also macht das ruhig, das passiert jedem. Es kann mal eine Route verrutschen, das macht gar nichts. Wichtig ist nur, dass man sie dann neu setzt. Das ist das Ding. Auch Zeit lassen, wenn ihr jetzt zwischendurch noch irgendwo umlenken würdet oder absenken würdet, das habe ich jetzt bewusst nicht gezeigt, weil ich da in extra Videos nochmal speziell drauf eingehen will, weil ich glaube, dass das Themenbereiche sind, die einzeln behandelt, so viel hergeben, dass das als einzelnes Video lohnt. Aber wichtig auch dabei, egal wie viel Umlenker und Absenker und was auch immer ihr da drin habt, lasst euch Zeit, behaltet eure Ordnung bei, denkt das Ding im Vorfeld durch und fühlt es dann einfach in Rot zu Ende. Und wenn ihr zu zweit seid, ist es natürlich noch einfacher, weil dann kann an der Stelle, wo jetzt quasi mein Griff von meiner Route lag, da würde dann der zweite Mann sitzen, hätte dann die Route in der Hand. Das heißt, er würde komplett übernehmen die Bremseinstellung, den Schnurablauf und so weiter. Und derjenige, der dann am Motor sitzt und das Echolot sieht, der ist der, der dann den Stein von Hand runterlässt und dort absetzt, wo er eben hin soll. So, das ist das Ding. Und ich hoffe, ihr konntet jetzt einiges mitnehmen oder zumindest ein paar Informationen. Ich hoffe, das Video hat euch trotz der Tatsache, dass es mal ein bisschen anderes Video war, gut gefallen. Ich hoffe auch, dass wir uns in einem der nächsten Videos sehen. Und in der Zwischenzeit wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren, falls ihr das noch nie gemacht habt. Und ja, fangt ein paar Fische, bleibt gesund und dann bis demnächst. Ciao!